Tja, da hat sich das tatsächlich ein wenig geändert. Na, da kam der Anruf dazwischen. Ist aber kein Problem. Bin ich hier denn überhaupt schon richtig? Da lang muss ich. Ich habe irgendwas getriggert. Ja, das ist halt viel zu lange getriggert. Ja, ich weiß, dass Gegner auf höheren Stufen schwerer zu besiegen sind. Au! Wo kommen die denn alle her? Das ist ja schlimm hier. Oh, shit. Da muss ich lang, aber die Frage ist, will ich da lang? Oder will ich da woanders da lang? Alter, was geht denn hier ab? Oh, shit. Ah! Ah! Kutio. Ich platzio. Ah! Ah! Du hast ja auch hier. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Du bist nicht aufhalten. Platzio. Ah! Befinde. Ah! Ich zerlegen dich von Kutio. Ich zerlegen dich von Kutio. Ah! Ah! Ach so! Ah! Ah! Ich zerlegen dich von Kutio. Ah! Ja! Mann, du! Oh, Mann! Oh, Mann! Du! U! Du! 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 Alter, dieser Träume. Alter, jetzt will ich aber auch einen Loot haben hier. Jetzt will ich aber auch hier einen guten Loot haben. Und wehe nicht. Das könnte sich sogar gelohnt haben. Das nehme ich alles mit, alles mit. Das nehme ich alles mit. Das finde ich sehr schick, sehr schick. Das finde ich alles schick. Alles meins, alles meins. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, ne? Wir wollen wieder nach oben. So, wunderbar. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang gehe. Aber scheinbar... Irgendwo, wo ich nicht... Äh, es war so klar. Das war so klar. Aber wenn das jetzt so scheiß anstrengend wäre, die ganze Kacke da zu sammeln, dann hätte ich ja Alomora schon auf Stufe 3. Aber irgendwie... Oben ist noch einiges zum Sammeln. Na, okay. Na, hier kommt man auch hoch. Das ist schon mal gut. Was ist das blaue? Oha. Kann ich doch abspringen, ne? Sammlung aktualisiert. Einen Sessel. Ah, okay. So wird ein Schuh draus. Die Frage ist nur... Ne, passt schon. Das war doch näher als gedacht. Das war doch nicht. Das war's für heute. Wie wär's, wenn du davon beeindruckt bist, du Lümmel? Ja, da komm er. Oh, leck mich doch. Oh, dieser scheiß Schild, ey. Oh, der geht mir so auf den Sack. Boah, komm schon. Oh, der geht mir. Oh, der geht mir. Oh, der geht mir. Foto de Blatt. Ja. No! Er wurde hier. No! Er ist die Augen, dann? Ich bin hier. Rupingo! Rupingo! Lass ihn. Rupso. 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 Die Augen, Lappi! Rupso. 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 Lass ihn. Rupso. Rupso. Oh, 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 oh. Oh, leck mich doch. Darf ich auch mal was machen? Alter, dieser Scheiß... Dieser Scheiß-Bastard, der Gang, der ging mir jetzt richtig auf den Sack. So, gibt's hier noch irgendwas dahin? Ranrock ist hier. Ich hoffe, dass Lobkog ihm nicht über den Weg läuft. Das ist jetzt so ein bisschen so langsam, das Finale des Spiels. Wohin führt er wohl? Oft genutzt wurde er offenbar nicht. Komm, Trinko! Mit Incendio sollte ich die Flammen entzünden können. Ja, habe ich doch schon längst gemacht. Ich hoffe, ich erreiche Randrop 4, Lobkog. Ja, ich habe so das Gefühl, das Kampfsystem ist schon... Ein weiterer Bohrer ist fertig. Die Welt der Zauberei wird... Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Ranrocks Anhänger aufhalten. Ich bin der Vergessen! Kurt. Entend! 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 Nein! Nein! Ich bin zufrieden. Kürzio! Kürzio! Lazio! Deslindos! Vertringo! Lazio! Vertringo! Ich höre noch! Not出來. Corti! Did you see that баг? Okay, aus der coole. Ich habe das Gefühl nur... dying... Interessant sind die halt Kämpfer auch nicht, aber einfach die Gegnermassen. Die machen die Kämpfe leicht unübersichtlich. Habe ich jetzt den Bohrer zerstört? Hoffentlich. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rausgekommen bin. Hallo, Remrock. Hallo. Das ist ungünstig, aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Grog. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit. Wusstest du? Wusstest du, wo es war? Nicht. Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Grog. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenwürdig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Remrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackboss' letztem Buch. Verschwendete meine Zeit. Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch allen nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Korbolde. Nein. Aber noch ein Abra. Den Spruch wollte ich... Aber warum laufe ich jetzt vor den Weg? Was zum Geier geht hier los? Was ist hier los? Ich meine, wenn die sich... Armer Lotkopp. Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Ja. Okay. Verlasse die Miene. Nichts wie raus hier. Warum? Na ja. Das sieht doch schon lustig aus. Ich kacke in deinem Klo. Ich plane etwas Heimtückisches. So würde ich die ganze Zeit so rumbrüllen. Schnell hier raus. Schnell hier raus. Schnell hier raus. Ach, hier. Lauf ich nicht zurück? Das fühlt sich für mich so an, als würde ich hier irgendwo anders da langlaufen. Aber okay. Hier war ich doch schon. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade die ganze Zeit im Kreis gelaufen. So, lass mich jetzt hier rein. Okay, das war lustig. Hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon. Ja. Verfolgen nicht verfügbar. Warte mal. Ich gehe jetzt einfach den Weg zurück. Das muss hier lang sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, und jetzt hier runter. Hier nicht lang. Das andere bleibt mir ja nicht übrig. Leicht verwirren die Mine. Oder ich bin einfach nur komplett lost. Na, das sieht doch schon besser aus. Ich muss mich mit Fake in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Auftrag abgeschlossen. Lotgoks Loyalität. Armer Lotgok. Der war cool. Ich mochte den. Der war in der Ordnung. So, ich würde sagen, wir haben tatsächlich noch ein paar Aufträge hier in der Nähe. Da ist bestimmt noch irgendwas. Das ist doch nicht umsonst hier. Manowel ist ein friedliches Fischerdorf. Nein, ins See ist. In letzter Zeit gab es einige Probleme mit vielen Bilderern, die in der Gegend der Lage aufgeschlagen haben. Okay, hier geht es noch einiges. Ich habe das Gefühl, wir haben noch einiges offen hier. Mache ich aber tatsächlich Stück für Stück. Machen wir aber heute nicht mehr. Das war es erstmal. Also dann Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tudelü.